Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Half-Life 2. Können wir nicht eine Abkürzung nehmen? Okay, jetzt sind wir schon bei... Oh oh. Oh oh. Oh oh. Oh nein, scheiße. Ah. Okay. Ja, ich merke schon, wir müssen das Ding hier nehmen. Platsch. Okay. Oh oh. Mhm. Achtung, die Fähigkeiten werden nicht mehr verhindern. Sieben, Zeichen werden zu verwechern. Fuck. Schaffen wir das? Eher weniger, ne? Wenn wir nicht so bei uns drauf retten können. Fuck. Okay. Huh. Was? Okay. Okay. Müsst ihr hier mal rein, Madame. Und hier runter. Hallo. Wir sind fast hinüber, aber alles kein Problem. Nehmen wir die Pistole, machen wir ein bisschen kaputt. Und dann nehmen wir weiter unsere Schrotfinte. Komm rein, Junge. Was zu erwarten? Natürlich was zu erwarten. Ich bin auch gar ein Freeman. Und ich lade Daten. Oh Gott. Ah, cool. Hallo, Team. Headcrabs. Ah, Treffer. Mistviecher. Oh, guck mal hier. Geil. Oh, ihr seid nur zu zweit. Dr. Freeman? Wenn Sie sich betrachten möchten, dann nicht hier. Ist nicht mehr sicher. Sie bombardieren. Weitergehen, Dr. Freeman. Ich soll nicht sein, dass du kommst und komme danach. Ja. Mach das. Da geblieben. Bitch. Headcrabs. Headcrabs hier. Keine Headcrabs. Hier ist jetzt Ruhe, meine Freunde. Okay, hier führen wir keine Munizum mit. Dann nehmen wir die. Geht mal durch. Morgen Freeman hier. Was ist los? Nichts. Okay. Hier auch nicht. Hier auch nicht. Hallo? Da ist ein Versteck. Bin mir nicht sicher, ob wir hier runter müssen. Ja, doch müssen wir. Geh doch mal. Geh doch mal. Okay. Hallo. Lohnt sich nicht. Lohnt sich nicht. Treffen wir eh nicht. Auf inno, was schießt du? Wo sollen wir denn hin? Hier geht's noch nicht weiter. Hä? Hier kann man auch nicht weiter. Aber hier? Hier geht's auch nicht weiter. Hier auch nicht. Und hier geht's auch nicht weiter. Hä? Hä? Ich sag jetzt besser nicht, woran mich das erinnert. Oh. Hey, ich bin's. Mach die Tür auf. Die Parole? Parole. Dann komm rein. Die Parole? Parole. Warte sie, Dr. Freeman. Ich komme mit. Okay. Lass sie weg hier. Du Ficker. Wie Parole? Parole. Natürlich. Wie sollte sonst die Parole sein? Wenn nicht Parole. Geht euch da. Oh oh. Lass mich. Verschwinden. Verschwinden. Und noch einer für mich. Bereitschung. Hier, fliegt dich zusammen. Danke. Wie wär's, wenn ihr mich zusammenfliegt? Daseinsberechtigung verwirkt. So, nu? Wow. Okay, komm rüber. Jo, ich komme. Komm rein. Wo denn? Ist doch tot. Was denn los? Jetzt zieh die Brücke wieder hoch, Lunge. So. Was haben wir denn hier? Nichts. Und hier? Nichts. Und hier? Bisschen Munition ist aber voll. Und dann geht's hier runter, ne? Aha. Aha. Au. Und hier wieder hoch. Reload. Aua. Ey, du Bitch. Wo bist du? Ey, du bist so eine Nervengasdingsbumsbombe. Ich kenne euch doch genau. Oh nein, jetzt bin ich... Oh, reck. Hier ist ein Medikid. Danke, ich wollte aber nicht hier runter. Muss ich jetzt wieder ganz unten? Ich würde da nicht hin. Och, nö. Dein Zaft. Na gut. Verzeihung. Danke. Ich kümmere dich mal um die Headcrabs. Shit, ich wollte doch da oben lang. Hell yeah, ein Paradies von Kisten. Okay, dann können wir schön alle Waffen mal durchladen. Hm, ein Schuss. Granate Nummer 4. Okay. Ah, nehmen wir die hier. Aufhören. Da. Komm jetzt hierher. Komm rein hier. Ja. Komm rein hier. Dann kann ich hierher. Danke. 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 vorsicht sagt doch vorsicht g ne hier die menschen männer ist ok ein bisschen rein headcribs du mischstück dr freeman ich komme mit könnte er ja machen sehr viele männer die granate kannst du immer sparen mein freund na komm sorry jungs ich war das nicht ja 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 hier ist action ich sag's euch hier wimmelt es nur von kombinen das kann ja nicht sein ist hier irgendwo ein nest ich hoffe nicht wo denn wo denn sektor ist gesichert der einzige was gesichert ist es hier nichts freunde jetzt lass mich durch noch einer ok ok der trifft ja echt nicht ne nicht mal scheint war nicht mit gordon freeman ok ach den haben wir schon erlegt ach hier geht es auch gar nicht ach nö sag nicht wir müssen jetzt hier wieder runter wo was bist du vor allem so auf wen oder was ballern die ach du scheiße hört ihr das das könnte böse enden da fach 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 kommt ihr weiter geht mal runter da nämlich mehr viel munition für das ding da ist die da ja kein problem damit sie hier eine andere mission wir müssen hier irgendwo durch hier nicht hier unten kamen wir gerade hin wo sollen wir den lang ach so lade daten und gleich ist doch da ja und um der ecke oder ja schon ja 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 Ich bin doch da. Das ist Alex. Dr. Klein ist jetzt in Sicherheit. Jetzt können wir Barney treffen. Unten ist ein Kommandostand. Vielleicht finde ich da die Generatorpositionen heraus. Ich freue mich dich zu sehen. Auf geht's. Auf geht's. Oh und Alex hat hier alle alleine fertig gemacht. Wollen wir hier noch was gucken oder was ist hier los? Oh Alex. I ate her. Was ist das? He died? Bade, 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 bade. Bahn. Woher wir baden? Gruppen baden. Juhu. Ja, ich bin schon, äh, ja, ich bin schon so ein kleiner, ah, jo. Kleiner Badefan. Geh jetzt mal, Alex. Stehst du mir im Weg. Und Frauen, die mir im Weg stehen, kann ich nicht leiden. Denn ich bin Gordon. Und das ist meine Mission. Ja, das ist okay. Klackert's in Dauerndes, ja. Hallo? Okay, das war's. Nimm du die Tür. Ich nimm diese. Ich warte nur auf dich. Du nimmst, welche nimmst du? Die? Okay. Das ging schnell. Na, wir haben Glück. Draußen auf dem Platz ist ein Generator. Wir möchten so viele wie möglich ausschalten. Da schwächt die Kombahn in diesem Sektor. Ich brauche etwas Zeit, um den Kern freizulegen. Danach musst du ihm mit dem Gravitron saures geben. Pass so lange auf mich auf. Ja, alles klar. Das Grad eben war klasse, Dr. Freeman. Aber der Eigentümer des Gebäudes ist mir irgendwie schon etwas leid. Der Eigentümer, ja. Scheiß auf das Gebäude. Wir speichern in dieser Stelle. Woman! Wer hat uns gesehen? Wer hat uns gesehen? Gibt mir was. Ah ja. Warte, raus. Dauerte nicht zu lange dauern. Sobald der Gerator ausgeschaltet ist, öffne ich das Tor und wir sind weg. Eine Standardkonsole. Na schon, na schon. Da drüben! Oh ja! Oh ja! Ah, so? Kicke Paras Mist Ah, zu langsam Grenade Ach mein, ich wollte mir doch eure Munition und sowas holen Konnte Konnte Hallo? Und nun? Was soll ich nun machen? Was soll ich nun? Was soll ich nun? Was soll ich nun? Okay, alles klar Aha, ich bin ja verunt war hier Alter Ich bin fast tot Das drückt mir nichts, weil ich tot bin Fuck Das war zu viele Hier, nimm das Medikit Mhm, danke Danke Genau so Genau so Das war's Na, naja, ich bin ja Nein Ich bin ja Und das war Ok, der Kern liegt frei, hallo, ich möchte gerne das Graviton haben. Ja, hier war mal eine Brücke. Mal sehen, ob es einen neuen Weg gibt. Ok, wir haben 13 Leben. Lass, ich warte auf dich. Du, fall da nicht runter, ne? Hey! Äh, Alex, wo lang? Gordon, lauf! Hau von dir ab! Oh Gott, ok, runter. Äh, falsch Richtung. Äh, falsch Richtung. Wo soll ich denn hin? Ach, da! Habe fast sowas befürchtet. Aber ich würd sagen, an dieser Stelle machen wir erstmal Schluss und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, ne? Äh, so, bis dahin, tschüß!